Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kickoff zur Transferanalyse von Borussia Mönchengladbach. Die Saison ist gestartet, der Auftakt gelungen, der 3 zu 1 Sieg gegen Hoffenheim war auf jeden Fall schon mal ein guter Beginn der neuen Zeit bei Borussia Mönchengladbach. Klar ist aber natürlich auch, dass Transferfenster hat bis zum 1. September offen, sprich Kaderkorrekturen können auch erledigt werden, und Leistungsträger könnten auch noch gehen. Und wir blicken heute darauf, welche Spieler bei Gladbach noch verkauft werden könnten, wer natürlich auch noch Interessenten auf sich ziehen wird und natürlich auch noch, welche Spieler in Zuguld werden müssen, welche Spieler sind dort realistisch. Und zu guter Letzt blicken wir dann auf die fertige Startelf, wenn man so will, wie der Kader für die kommende Spielzeit dann aussieht. Heute also der Blick auf Borussia Mönchengladbach, also lasst uns auf Shoppingtour gehen. Wir legen erstmal los mit dem Blick auf die Abgänge. Und dort sehen wir ja schon, geht es um Moritz Nikolas. Generell sehe ich bei Gladbach im Kader vorne noch Abgänge, was junge Talente angeht. Bei den Leistungsträgern weißt du halt nie, was noch passiert. Aktuell glaube ich dort aber sogar an Verbleibe, wie bei Benze, bei Ini, wie bei Sommer oder auch Marcuse Thüram. Daran glaube ich aber nicht bei Moritz Nikolas. 24 Jahre alt, aus Deutschland, Marktwert liegt bei 350.000 Euro und seinen Vertrag bei Gladbach hatte er es im Mai langfristig bis 2026 verlängert. Im Pokal durfte er sogar spielen. Ansonsten sind aber Sommer und Sippel ganz klar in der Hierarchie vor ihm. Zusammen mit Olschowski bildet er Gladbachs Torhüter-Duo der Zukunft. Trotzdem würde ich einen von diesen beiden jungen Keepern abgeben. Und da Nikolas letzte Saison schon Spielpraxis in Liga 3 bekommen hat, braucht er diese auch jetzt erst recht, um dieses Niveau mindestens zu halten, wenn nicht sogar auszubauen. Deswegen ist eine weitere Laie die beste Option. Gerüchte gibt es dort aktuell nicht. Trotzdem würde ich die Variante auf jeden Fall bevorzugen. Der nächste junger Spieler ist in der Abwehr zu Hause. Das ist Mamadou Ducoret. 24 Jahre alt, mittlerweile aus Frankreich. Marktwert nur noch von 100.000 Euro, aber sein Vertrag läuft ihm noch zwei weitere Jahre bis 2024. Ducoret ist ja jetzt endlich mal fit, dass er über mehrere Wochen, Monate voll trainieren kann. Deswegen braucht er aber auch einfach dringend Spielpraxis auf Profi-Niveau. In der zweiten Mannschaft hat er jetzt zweimal in der Regionalliga West gespielt. Da sein Vertrag aber immer noch zwei Jahre läuft, halte ich auch hier eine Laie für eine realistische Variante. Denn er braucht jetzt einfach Spielzeit auf höchstem Niveau. Und bei Gladbach ist die Konkurrenz einfach viel zu groß. Dort sind Elwedi, Itakura, Friedrich, Bayer oder auch Janschke einfach vor ihm. Und deswegen macht auch hier ein Abgang für alle Parteien Sinn. Ein Wackelkandidat ist für mich Eigengewächs-Rocco Reitz. 20 Jahre jung, aus Deutschland. Marktwert liegt bei 615.000 Euro. Und auch sein Vertrag läuft noch bis 2024. Zuletzt war der flexible Mittelfeldspieler ja verliehen zu St. Troiden. Hat sicherlich seine Entwicklung gut getan. Und ich glaube, bei diesem Spieler ist auf jeden von den Zukunft was drin. Aber wir reden jetzt nicht über die Zukunft, sondern über das Hier und Jetzt. Und dort ist halt die Frage, was ist jetzt das Beste für ihn? Sicherlich kann er im erweiterten Kader eine Rolle spielen. War ja jetzt auch gegen die TSG mit dabei, weil er einfach in der Zentrale von der 6 bis hin zu 10 alles spielen kann. Wenn man aber auf der Position nochmal nachlegen sollte mit einem Neuzugang, wo wir gleich auch drauf blicken, dann wäre auch hier eine Laie sinnvoll. Und seit 2018, das muss man sich mal vorstellen, steht bei Gladbach schon Torben Müsel unter Vertrag. 23 Jahre alt, Marktwert 400.000 Euro, auch bis 2024. Und bislang gab es, das soll sich böse klingen, aber meiner Meinung nach 0,0 Weiterentwicklung, seitdem man ihn vor vier Jahren geholt hat. Zuletzt war er ja zu Eupen verliehen, aber es gibt aktuell einfach nahezu keine wirkliche Perspektive. Gegen Hoffenheim war er zwar im Kader und auch die Bild titelte er mal, diesen Spieler will Gladbach zum neuen Stindl aufbauen. Aber offensiv fehlten zum einen auch ein paar Leute gegen Hoffenheim. Und natürlich auch, ja, gibt es hier auch noch mögliche Kandidaten, was neue Spieler angeht. Sprich, die Konkurrenz wird auf jeden Fall nicht kleiner. Deswegen ist für mich hier eine endgültige Trennung auf jeden Fall denkbar und auf jeden Fall angebracht. Müsel und Gladbach, das sollte bis jetzt nicht passen. Und es würde mich extrem überraschen, wenn es dort nochmal eine positive Entwicklung geben wird. Conor Noss ist hingegen für mich eines der spannenden Talente. 21 Jahre jung, aus Irland, Marktwert liegt bei 700.000 Euro. Und, wie soll es anders sein, auch sein Vertrag läuft noch bis 2024. Gegen Hoffenheim wurde er aber nicht in den Kader berufen, was mich dann schon überrascht hat. Da waren eben dann solche bei, wie Müsel oder Reiz. Reiz aber Noss eben nicht. Aktuell spielt er in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga, hat dort in zwei Spielen auch ein Tor gemacht. Noss ist ein flexibler Offensivspieler, der einfach meiner Meinung nach jetzt den nächsten Schritt gehen muss, aber auch gehen kann. Das wird, glaube ich, allerdings nicht bei Gladbach gelingen, weil das schon so ein kleiner Fingerzeig war gegen die TSG, dass selbst wenn ein, zwei Spieler gefehlt haben, Boche, Sanchez, Müsel, Reiz im Kader stehen, Noss aber nicht. Und deswegen macht auch hier ein Transfer auf jeden Fall Sinn. Ich würde ihn persönlich aber nicht verkaufen. Eine Laie kann ihm auf jeden Fall am besten helfen. Abgänge damit abgehakt, blicken wir auf das vielleicht nochmal spannendere Thema. Und das sind die potenziellen Neuzugänge. Und dort müssen wir natürlich vor allen Dingen über Julian Weigl sprechen. Aktuell bei Benfica, Lissabon unter Vertrag, 26 Jahre alt, aus Deutschland. Wir kennen ihn ja sicherlich alle, ist ja auch Nationalspieler. Und sein Marktwert beträgt satte 22 Millionen Euro. Erstmal grundsätzlich, auf der Sechser-Position kann meiner Meinung nach Verstärkung auf jeden Fall nicht schaden. Dort hat man gute Spieler mit Kone und Neuz als Achter, Kramer und Itakura als Sechser. Aber Daniel Farke will ja auch Weigl unbedingt haben. Roland Wirkus wird ja wohl auch alles dafür tun, ihn an Bord zu holen. Denn natürlich ist klar, was dieser Transfer bringen würde. Weigl ist perfekt für Ballbesitzfußball geeignet. Er hat einfach seine Stärken im Spiel mit dem Ball und dem Aufbauspiel. Ist aber auch defensiv, wirklich ein guter Mann. Zudem kennt er die Bundesliga, hat die auch jahrelang für Borussia Dortmund gespielt. Und ist eben auch verfügbar. Benfica Lissabon mit dem neuen Trainer Roger Schmidt möchte ihn auf jeden Fall abgeben. Weil eben dort jetzt wieder vermehrt auf Pressingfußball gesetzt wird. Und Roger Schmidt ganz genau weiß, dort habe ich einfach bessere Spieler für. Für Gladbach ist wohl rein finanziell gesehen nur eine Ausleihe vorstellbar. Die Portugiesen sind aber da wohl mittlerweile bereit für. Und meiner Meinung nach ist Julian Weigl wirklich eine Top-Lösung für das zentrale Mittelfeld. Wenn man hier die Chance hat, dann muss man zugreifen. Und zugreifen könnte man auch in der Jugend von Paris Saint-Germain bei Jadie Gassama. 18 Jahre jung, gebürtig aus Mauritanien. Marktwert liegt bei überschaubaren 300.000 Euro. Das Eingewächs von PSG könnte nämlich gehen. Und in Frankreich gibt es Medienberichte darüber, dass Gladbach auch wirklich interessiert ist. Übrigens dort ist es so, dass Gladbach der einzig namentlich nominell genannte Verein ist. Gassama ist natürlich dann dieser typische Transfer-Investition in die Zukunft. Er würde sicherlich nicht allzu viel kosten, weil man bei PSG wohl auch nicht langfristig, gerade mit dem Plan, zumindest eben nicht zwingend für die erste Reihe oder für den Profikader generell. Und deswegen natürlich auch ein spannender Spieler. Natürlich ist er jung, du musst ihn auch entwickeln. Er ist jetzt keiner, der dir direkt weiterhelfen kann. Aber er würde auf jeden Fall jetzt schon Gladbach deutlich mehr Geschwindigkeit auf die Flügel bringen. Und er überzeugt da auch dann teilweise mal als zweiter Stürmer. Vorhin in der Juve-League hat er als linker Flügelspieler, dafür hat er sich am wohlsten überzeugt, acht Spiele bestritten, fünf Tore gemacht und zwei vorbereitet. Und deswegen glaube ich schon, dass das passen kann. Passen kann sicherlich auch ein neuer Mann für Sturmzentrum, denn dort sucht man einen Bolo-Ersatz und hat diesen wohl mit Dion Drené Belio gefunden. Von Enka Usijek, 20 Jahre jung aus Kroatien, Marktwert liegt bei 4,5 Millionen Euro. Belio ist ein wuchtiger Neuner, 1,95 Meter groß. Und vor allen Dingen auch noch entwicklungsfähig. Also er bringt schon jetzt vom Spielertypen viel mit, was Gladbach im Sturm gut gebrauchen kann. Aber natürlich ist klar, da steckt auch noch ganz viel Potenzial in ihm. Diese Saison hat er schon, und die hat er gerade mal auch in Kroatien begonnen, zwei Tore in drei Spielen gemacht. Letztes Jahr gab es dann sogar 15 Tore und vier Vorlagen in 34 Spielen. Eine Verpflichtung ist wohl auch gut möglich geworden. Mit dem Spieler sei man sich laut Sky auch schon mündlich einig. Allerdings liegen die Vereine aktuell noch ein bisschen auseinander. Die Kroaten wollen wohl bis zu 10 Millionen haben. Virkos würde wohl aktuell wohl rund 3,5 Millionen bieten. Sprich, da haben wir schon noch eine etwas größere Differenz. Aber ich halte es wirklich für sehr gut möglich, dass man sich am Ende bei vielleicht 5 bis 6 Millionen Euro treffen kann, plus vielleicht noch mögliche Bonuszahlungen. Und dann haben wir hier auf jeden Fall einen super interessanten jungen Spieler, der Gladbach gut zu Gesicht stehen würde. Und gut zu Gesicht stehen würde dann auch die potenzielle erste Elf mit eben auch den möglichen Backup-Varianten, wodurch wir sehen, was Gladbach dann für eine Kadertiefe auch hätte. Und ich finde, das sieht schon richtig gut aus. Im Tor ist ja die Geschichte klar. Sommer ist die 1, wenn er bleibt. Und Sippel ist die 2. In der 4er-Kette haben wir auf links wie auch auf rechts außen das Duell Jung gegen Erfahren. Auf der rechten Seite sehe ich dort aktuell den Jung mit Joe Skelly vor den Erfahrenen mit Stefan Leiner. Auf links sicherlich erstmal Rami Benzebaini vor Luca Netz. Aber gut, dass man dort solche Möglichkeiten hat. Auch Benzebaini sicherlich noch Abgangskandidat. Aber auch hier glaube ich aktuell, weil da kein Interesse so wirklich konkret wird, dass er an Bord bleibt. In der Innenverteidigung hat man ja schon mit Kohl Takura einen neuen Spieler in Zugult, der auch genauso gut auf der 6 spielen kann. Sollte Weigl kommen, sehe ich ihn aber erstmal klar als Innenverteidiger. Dann auch neben Nico Elwedi. Marvin Friedrich müsste sich hinten anstellen. Mit Bayer und Jansch gettet man zwei weitere Backup-Optionen. Ducoret wäre ja dann erstmal weg. 6er-Position. Dann eben Julian Weigl ganz klar gesetzt. Kramer müsste auf die Bank. Daneben auf der 8 mit Kone und Neuhaus zwei richtig gute Spieler. Mit Fraulo ein junges Talent. Auch Rocco Reitz, wie angerissen, wäre eine weitere Alternative. Da ist nämlich auch so ein 50-50-Ding, ob man ihn nicht doch vielleicht dann besser verleihen sollte. 10er-Position bedingt durch die Verletzung von Lars Stindl. Hat dort sicherlich Flora Neuhaus aktuell die besten Karten. Auf den Flügeln wird sich erstmal nicht mehr so viel ändern. Plea hat verlängert. Farke plant ihn dort ein. Auf der anderen Seite Hofmann hat verlängert. Ist ein unglaublich guter Spieler. Passt da perfekt hin. Patrick Herrmann hat man hier als Backup. Gassama wäre dann hier als junges Talent. Super interessant. Natürlich hast du auch noch Wolf, der jetzt erstmal wieder da ist. Du hast Borges Sanchez, der jetzt auch im Kader stand als weiteres junges Talent. Und im Sturmzentrum, neben Benzevaini und Sommer, die weitere Frage bleibt Thüram. Er kann sich wohl einen Abgang weiterhin vorstellen, aber auch nur zu einem Top-Klub. Aktuell gibt es auch dort nichts Konkretes. Deswegen, wenn er bleibt, ist er gesetzt. Mit Bellio hätte man dann auf jeden Fall einen richtig guten Backup. Und ich finde, wenn das dann wirklich so bleibt, wenn man Benzevaini, Thüram und natürlich auch Sommer behalten kann. Und diese auch Bock haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn die auch Bock haben auf die neue Borussia auf Gladbach, jetzt im 2022 mit Daniel Farke, dann kann das mit diesem Kader schon richtig gut werden. Und somit war das meine Shopping-Tour für Borussia Mönchengladbach. Und dort hängt einfach auch noch viel davon ab, ob jetzt wichtige Spieler gehen oder nicht. Aber unabhängig davon macht ein Stürmer wie Bellio auf jeden Fall Sinn. Kann man sich dann mit Weigl eine weitere Verstärkung an Bord holen, dann muss man hier zuschlagen. Gassama ist super interessant. So ein Talent passt einfach als weitere Kaderergänzung für den Flügel vor allem auch richtig gut rein. Und sollte man eben auch diese drei Spieler an Bord holen, machen für mich die Abgänge von Nikolas, Ducoré, Reitz, Müssel und Noss erst recht Sinn. Weil man dann einfach auch noch genügend Alternativen hat. Und diese jungen Spieler müssten einfach dann woanders auf ihre Spielpraxis kommen. Und jetzt seid zu guter Letzt noch ihr gefragt. Was haltet ihr von meinen Transferplänen für Borussia Mönchengladbach? Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Wem würdet ihr holen? Wem würdet ihr verkaufen? Wen verleihen? Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball.